Wie soll sich der Karte noch verändern und größer? Ja, das habe ich demnächst auch gesagt. Das ist nicht das Ende der Freundschlange ist, sondern das wird sicherlich der eine oder andere Spieler dazukommen wird, ist klar. Ich meine, vom Positionsprofil muss man sich nichts vormachen. Jeder, der das hier im Thema ist, weiß, wo vielleicht noch ein Vakanz ist. Der Genesis wird einer, wo wir richtig kennen werden, auch schon gekannt haben. Und dann guckt man natürlich, dass wir im Schwenbereich noch einen Spieler verpflichten können, der einen Mehrwert für die Mannschaft bringt. Wie weit seid ihr denn? Ja, das ist halt nicht so einfach. Es gibt noch ein oder zwei Vereine in der zweiten Liga, die auch diesen Spieler suchen. Ja, da braucht man ganz einfach ein bisschen Geduld, muss man sagen. Wie gesagt, die zwei Sachen spielen eine ganz entscheidende Rolle. Das Thema Qualität, dass wir einen Mehrwert haben. Und EBE natürlich nach wie vor, das Thema ist ja für uns finanzierbar. Die Kurt Störmer, da haben wir gerade mal geguckt, da muss er, fehlt. Muss er, ist eine gesundheitliche Problematik in der Familie, nicht bei ihm. Wir sind dort im Austausch, ich habe auch gerade mit unserem Doc gesprochen, er hat uns auch die Begründe geschickt. Und ja, wir sind täglich in Kontakt, der wird jetzt auch zeitnah zur Mannschaft stoßen. Zwei neue Spieler sollen noch kommen, wird Dynamo jemand verlassen? Das habe ich jetzt nicht in Stein genaltet mit den zwei neuen Spieler. Es gibt ja zwei vakante Personalien bei Dynamo, Lukas Größer im Sturm und Tim Boss. Tim will weg, Lukas hat Angebote oder da gibt es Interessenten. Der Tim, der müsste dann mal mit mir sprechen. Ich darf das nicht euch sagen, wenn er weg will. Beide haben einen Vertrag, wir sind in keinster Weise gezwungen, die Spieler abzugeben. Wir haben von ihrem Profil her, sind Spieler, die der Mannschaft gut tun. Wir können halt nur 11 spielen. Und gerade der Lukas, wenn man das jetzt mal runterrechnet auf die Einsatzminuten, ist das ein Spieler, den man immer gerne im Kader hat, weil er eben in Sachen Abschlussqualität schon gut drauf ist. Insofern haben wir jetzt, wir haben null Druck von unserer Seite jetzt, Spieler abzugeben. Überhaupt nicht. Wir haben es im Moment auch nicht vor. Was ist mit Herrn Klingbrück passiert, der ist im Gesicht genäht und sieht ziemlich glidiert aus? Da gab es einen kleinen Unfall. Wir haben kurz drüber gesprochen. Wenn er dort Näheres zu erläutern will, können wir das gern tun. Wir haben kurz drüber gesprochen, weil es natürlich erstmal schon ein bisschen kurioser aussieht. Wir haben das dann auch mit einem kleinen Lächeln ganz einfach registriert. Das ist sowas gewesen wie damals Schmuck nach der Wasserflasche vom Kühlschrank. Ja, das ist die Nummer vom Udo. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Eine Wasserflasche mit grünen Splittern zu dieser Zeit, die musste man suchen. Kriss Löwe ist aus England gekommen. Welche Rolle ist ihm zugedacht für die kommenden Jahre? Kriss Löwe? Kriss Löwe. Da braucht man sich das Gesamtpaket. Da hätten wir vor einem halben Jahr nicht dran gedacht, dass das umsetzbar ist. Es geht bei der Qualität los ganz einfach. Es geht weiter über das Thema Erfahrung, über das Thema Persönlichkeit, Charakter. Wo wir schon sagen müssen, wir in Sachen Mentalität sind das Spieler. Da können wir den einen oder anderen noch mehr verbrauchen. Das bezieht sich eigentlich auch auf Klinge und auf Kevin Proll. Das Thema Mentalität und Siegermentalität. Und dann noch der regionale Bezug. Also, Glücksfall für uns. Alpherz, das war die 47. Das muss man ja bezeichnen. 40 ist ja eine Geschichte. Da hat man sich so etwas Ähnliches auch wieder für die kommende Saison zumindest zurechtgelegt. Wir werden uns zusammensetzen. Aber ja, das ist mit den Zielen immer so eine Sache. Das ist dann schön. Wir haben auch wieder nie erreicht oder so. Auf der anderen Seite, wenn einer dann irgendwo als Rentner im Lehnstuhl sitzt und sagt, ich habe alle meine Ziele im Leben erreicht. Dann hat er auch irgendwas falsch gemacht. Dann hat er nämlich seine Ziele nicht hoch genug gesetzt. Wir werden uns dort, je nachdem, was jetzt personell noch passiert, natürlich dort auch wieder zusammensetzen und darüber unterhalten, austauschen. Dass die Jungs dann auch eine Orientierung haben. Und natürlich auch zu gegebener Zeit dann Stellung beziehen. Also ich muss das mit dem Rentner jetzt nicht aussehen. Du hast ja nicht alle deine Ziele erreicht. Insofern hast du die Messen halt auch immer hochgelegt, was dein Wirken anbelangt. Alles klar, ich habe es richtig. Vielleicht noch mal eine Frage zu René Klingenburg. Ist das ein Spieler, der, wenn es bei ihm sportlich nur gerade ausgegangen wäre, einer wäre, der für Dynamo eigentlich überreichbar wäre, der genau aufgrund seiner Vergangenheit eben für Dynamo eine Chance ist? Und umgekehrt ja auch, weil vom Potenzial ist der Junge ja eigentlich. Genau, das ist die Intensivität. Ich kenne den Klingel schon eine Stunde, sieben Jahre jetzt. Das war ja die Zeit, wo ich das letzte Mal in Leverkusen war, dass Schalke ist in Steinbruch entfernt. Man hat die Spiele geguckt und so. Boah, wir hatten ja auch schon. Das andere ist alles bekannt. Er hat ja auch die Hosen runtergelassen, auf Deutsch gesagt. Und er hat gesagt, ich habe Fehler gemacht, ganz einfach. Und wir geben hier die Chance. Er begreift das als Chance. Und bei ihm bin ich total gespannt, wie schnell er sich hier integriert. Sascha Horvath hat einen prima Start in die U21M gefeiert. Es bleibt auch dabei, dass er dann nach dem Turnier, nach seinem Urlaub, hier wieder bei Dynamo Dresden weiterspielt? Das ist der jetzige Stand. Genau die gleichen Sachen, die bei Boss und Röser gekommen waren. Wir gehen davon aus, dass die Spieler, die wir im Vertrag haben, hier sind. Außerdem kommt einer zu uns. Beim Sascha freue ich mich extremst. Das war ja, ich sage mal, auch der Plan der Laie, dass er eben diese Chance U21 dann auch wahrnehmen kann. Weil es wäre sicherlich mit den geringen Spielzeiten hier schwierig geworden. Und ich sage, die Leistung, die er gezeigt hat, freut man sich ganz einfach. Und vielleicht nimmt er dann das Selbstvertrauen mit, was er sich jetzt dort holt. Und greift ja noch mal an. Hat denn Dynamo auch einen Start nach Italien in San Marino in Sand? Selbstverständlich. Eigentlich wollte ich ja selber hin. Aber Trainingsauftakt, die U21 ist unheimlich wichtig. Heute Abend Aufsichtsvollsitzung gestern Tag in Frankfurt. Nein, natürlich sind wir dort vertreten. Und das ist natürlich, ich sage mal, so eine U21-Obermeisterschaft. Dort kann man sich auch schon, oder wird man sich in der Regel verheben, was die Spieler anbelangt. Und halt die Qualität der Spieler und die Bezahlbarkeit. Aber das gehört dann einfach dazu. In allererster Linie natürlich auch, um dem Sascha zu vermitteln, dass wir das schon extremst registrieren, was er dort abliefert. Was passiert mit solchen Spielern? Oder anders gefragt, viel wird diskutiert. Und solche Leute wie Schubi zum Beispiel oder A. Ausmann, wo die nur hingehen. A. Wisst ihr da ein bisschen mehr? Oder B. Interessiert es euch überhaupt noch, was mit denen passiert? Das ist erlaubt die Frage. Jetzt mal ganz da. Mich interessieren in allererster Linie die Jungs. Unser Trainerteam, unser Funktionsteam. Das verlangt unsere vollste Konzentration. Selbstverständlich wird man es dann irgendwann registrieren. Und dann vielleicht auch für sich persönlich bewerben. Wohin der Weg geht. Aber es ist nun mal so, wenn die Saison zu Ende ist, gibt es Veränderungen. Und wir haben unseren Fokus fast ausschließlich auf uns eignen. Das ist das, was wir voranbringen können, was wir wollen. Und insofern registriert man es. Aber auch nicht mehr. Irgendwann muss man auch noch einen Haken können machen. Ich habe das mit dem großen Stein und der Welle versucht. Die See ist natt im Moment. Was ist dein größter Wunsch für die Neuse? Ja, da muss man schon differenzieren, ob man das jetzt auf sportlich reduziert oder wie auch immer. Fakt ist eins. Wir haben natürlich, wenn man die fünf Jahre sieht, haben wir uns brutal entwickelt. Es geht ja weiter mit Infrastruktur, Tennisgelände etc. Wir gehen ins vierte Jahr, zweite Liga. Also bei allen Führungen wieder jetzt. Dass wir uns die Saison vielleicht in den letzten zwei Jahren ein bisschen entspannter vorgestellt hätten. Das gab es so auch noch nicht. Und ja, diesen Weg wollen wir ganz einfach weiter beschreiben. Das ist für mich das alles Entscheidende. Wir werden noch ein bisschen im Hauptfeld mitlaufen müssen. Eben dort vielleicht mal die Spitze attackieren können. Union, tolles Ballstiel. Könnte man sagen, gerade wollen. Überhaupt keine Frage. Aber das werden die Ausnahme also sein. Abkürzungen im Leben schwierig. Wir gehen unseren Weg. Wir gehen mit aller Konsequenz. Und das bedeutet, dass wir in allen Bereichen im nächsten Jahr wieder qualitativ eins draufsetzen wollen. Was die Professionalität anbelangt. Also das beschränkt sich nicht auf den Sport, sondern auch Gesamtverein. Wir haben Themen, die ganz einfach schreien nach neuen Strukturen auch. Wir haben Sachen, die hatten wir vor zehn Jahren nicht mit dem neuen Trainingsgelände. Oder mit einer Kooperation mit Bayern München-Digitalisierung. Wir müssen ganz einfach zukunftsfähig sein. Und das erfordert auch außerhalb des Platzes sehr, sehr viele Anstrengungen und Überlegungen, wie wir das sein können. Chris Löwe ist ja bisher der Königstransfer. Auf welcher Position plant er mit ihm? Chris ergibt sich ja eigentlich wie selbst auf seiner angestammten Position. Ja, dort hatten wir ja leider ganz mit dem Brian Hannelein, der lange verletzt war. Da ist das jetzt mit dem Pipo dann... Nach dem Abgang von Pipo war es halt nicht einfach. Wobei die das gut gemacht haben, Herrn Möfflinger im Kreuz. Aber es ist halt rein von der Positionsbeziehung ist es schon dankbar, wenn er den Dienstfuß hat. Und dann auch bei der Qualität und mit dem Charakter. Er ist ganz laut. Das ist für uns auch gar nicht. Sverig planet源. Wir finden das eins. Wir finden die Was ist das, was ich binoro, was ich bin dabei? Bleib 1.